Also, weißt du, warum ich diese Dinge stelle? Ja. Damit du visualisieren kannst, dass es für dich regnet, vom Himmel regnet. Ja. Dass Gott zu dir dieses Geld bringt, diese Schätze bringt. Ja. Er sorgt für uns, wenn wir das tun, was er will. Stimmt, ja. Es gibt ja auch in der Bibel Salomo und andere, die auch sehr reich sind. Ja, natürlich. Natürlich. Aber warum? Weil sie die Weisheit gebeten haben. Die haben über Weisheit mit Gott gesprochen. Und er hat gesagt, aha, du willst Weisheit? Dann gebe ich dir alles. Du bekommst ganze Reichtum. So, was machen wir? Gott zeigt mir den Weg, Gott zeigt mir den Weg. Gott sagt, bleib doch bei mir. Bleib mit mir. Ich gebe dir die Weisheit, wo dein Brot ist, wo dein Geld ist. Ja, ja. Stimmt. Ich muss direkt mal ein paar Notizen machen. Sag einfach, mich zu preisen. Bleib bei mir. Such mich. So wie du es früher gemacht hast. Und dann werde ich dir den Weg zeigen, wo dein Geld ist. Weil er alleine weiß, was für Talente und Gaben er dir gegeben hat. Weisheit.